Musik Wir sind hier in unserem Solaris-Trauben und die Solaris-Rebe ist eine gezüchtete Rebsorte aus Freiburg, eine pilzisch-widerstandsfähige Sorte, eine neue Rebsorte. Musik Unsere Trauben werden alle von Hand geerntet. Man kann auch mit einem Traubenvollerner die Trauben ernten, wobei das natürlich mit der Handlese viele Vorteile mit sich bringt, wie mit der Maschine. Zum einen werden die Trauben natürlich besser sortiert, wenn man mit Leuten durchgeht. Jede Traube kann man sich individuell anschauen bei den Scheiben, nehme ich die mit oder lasse ich die am Stock hängen. Musik Wir sind hier im Oberdürrenberg, eine unserer besten Lagen. Der Spätburgunder ist einer unserer Signature-Grapes hier in Baden. Wir versuchen bei uns auf dem Weingrund immer den optimalen Lesezeitpunkt zu erwischen, um natürlich die Trauben bestmöglichst zu ernten. Und da spielen natürlich viele Parameter mit rein. Wir schauen uns unsere Weinbeere an, laufen durch, probieren die Beeren, schauen uns die Beerenhaut an, schauen uns die Kerne an. Und nach einem erfolgreichen Weinlesetag kommen wir dann zum entspannten Teil des Tages. Wir essen, wir fespern alle zusammen bei uns hier im Weingut mittags. Und wir sitzen dann hier an diesem großen Tisch und essen zusammen, was immer ein ganz, ganz schöner Abschluss ist. Musik 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 Musik